Hallo und willkommen bei LOGOSOL. Heute zeige ich an unserer B751 Pro unseren HD Stammglimmsatz. Dieser ist natürlich auch kompatibel bei der B1001. Gebrauchen wir den HD Stammglimmsatz bei Sägen, die relativ viel Starkholz klemmen und bearbeiten müssen. Der Unterschied zu unserer normalen Stammglimme ist wie folgt. Die normale Stammglimme ist kürzer gehalten, die HD Stammglimme ist weitaus länger, stabiler und robuster. Der Standardanschlag ist bei den Bandsägen in dieser Ausführung. Und beim HD Stammglimmsatz mit einem wirklich stabilen dickwandigen Rohr, das zusätzlich oben eine Umlenkrolle hat. Diese ist sehr gut bei Stämme, die größere Dimensionen haben zum Drehen. Also der gleitet quasi der Stamm hier schön vorbei und dann dreht es den viel viel leichter. Diesen fährt man quasi hier in die Vorrichtung mit ein, kann den durch den Splinter in verschiedene Höhen justieren. Das heißt, diese sind auch weitaus höher wie die normale Anschläge. Für diesen Stamm brauchen wir jetzt natürlich ganz weit nach oben fahren. Das heißt, wir klemmen den oder fixieren den etwas weiter unter. Können dann den Stamm anschlagen, haben dann die HD-Klemme und fahren diese hier hinter, in dem natürlich passenden vergrößerten Lochscheibe ein oder Lochplatte ein und klemmen den dann hier fest. Somit haben wir natürlich auch für größere Stämme, wie gesagt, auch viel größere Möglichkeiten und einen besseren Hebel wie mit der kleinen. Wie gesagt, der ist kompatibel B751 Pro und bei der B101. Bei Fragen hierzu dürft ihr euch gerne melden, E-Mail schreiben, anrufen, alles kein Problem. Wir sind gerne für euch da. Danke euch fürs Zuhören. Ciao.